Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Peetsmeet TV. Heute mit dem Jonathan, dem Bram, dem Christian und dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns an When Idiots Play Games 266. Ja, okay. So, kommen wir jetzt vor oder nicht? Wir könnten vorgehen, auf jeden Fall. Far Cry 2, uff. Das Spiel war leider echt scheiße. Hallo? Hallo? Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Willkommen in Pavlov. Was ist das denn? Was könnte es sein? Okay, ich bin fast da. Ich höre etwas Stab. Wir sind zurück in Formation. Oh Gott, ich höre Explosionen. Das ist unlucky. Ach, die Scheiße. Oh, Dreierkill. Mit einem Schuss, ey. Oh Mann. Oh mein Gott, er wollte auf den da hinten schießen. Okay, das ist gut. C4 Explosives are Chargers you can place on surfaces and enemies. Oh, look, I can see her now. Okay, okay. Das schreibe ich mir. Das ist halt auch noch ein Deutscher. Das könnte wirklich wer sein. Ja aber keine Kamera. Was, wo, wo? Ah, ha, 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 ha. Kaboom. Yes, Wicky. Ey, wir suchen das jetzt. Wir haben dort einen Draht. Es funktioniert. Oh, shit. Das geht. Das ist ein Hamster. Das ist ein Hamster. Leute, da war ich, da bin ich auch in der Kletterung. Natürlich hat man an den Eierchen gehangen. Ja, genau. Das war sie nicht. Das ist ja hier eine Frechheit. Das war Fake, oder? Ja. Oh oh. Oh oh. Wow, holy shit, Alter. Das haben wir aber schon mal gesehen, die Szene. Alter, wurde der gefehlt. Gott! Ja. Ja, das ist auch unser Erfahrung mit Hell and Goose. Ja. Oh, der. Na boah, wir werden nur lachen. Aua. Wie geil. Oh, die steht nicht nach der Seite. Ja, ja, ja. Oh ja, schnell in Sicherheit. Sehr gut. Komplett safe jetzt. Okay, die Challenge ist so spät wie möglich. Ja, nee. Aber das war aber nicht schlecht. Leute. Okay. Was cool? Haha, der hat versucht, den zu dippen. Ja, der wollte dippen. Oh oh. Oh oh. Das war C4, oder? Angst. Haha, das ist wirklich fetter. Ja, der ist rausgesprungen. Haha, der hat es geschafft. Hahaha. Haha. Nein, du fiel 4, kann man immer noch gut spielen. Oh oh. Ja, im Wasser. Loil. Loil, das ist schon einer. Wieso war das schon einer? Hey. Das war ja schon mal nicht schlecht. Boah, da habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber Platt hat er gestern das erste Mal gespielt. Oh loil. Exakt gegen Radar. Wusste der auch nicht, dass der irgendwann wieder kommt, so wie der hier scheinbar? Das richtig, aber der hat den trotzdem second try gemacht. Loil. Nein. Alter. Das ist geil. Das ist stark. Perfekt Hit. Oh. Oh Gott, er hat es ausgewichen. Nein, nein. Manchmal klappt das. Heihe, doch. Heihe, heihe, heihe. Heihe, heihe, heihe. Heihe, 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 das ist so geil. Ist so ein Turnier? Ich frage, wieso sieht der da so viele Namen? Achso, ne. Da ist der Zuschauer wahrscheinlich. Schade. Was war es mit deinem Auto? Ein gutes Ablenkungsmaneuw. Heihe, heihe, heihe. Heihe, heihe. Der guckt mit der Pistole immer mit Rechtsklick da drüber. Alter, was? Oh, wie arzt die, Alter? Dumm. Und deswegen killen die sich immer gegenseitig gegen uns. Ja, ich glaub auch. Loi. Loi. Wow. Alter. Wut? Wut? Oh. 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 What? Oh. Hallo. Wer die Granate wirft? Ein von zwei Spieler schlafen. Don't do it. Boah Artillery nicht gut. Oh mein Gott. Die macht einen echt fertig. Das ist ein komisches Spiel. Was? Aber es war perfekte Timing mit Jace. Das war ein komisches Spiel. Ja, das war ja gerade schon. Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab davon noch nie gehört. Oh mein Gott. Vater? Ist das du? Ja. Okay. Ich frag mich, haben die wirklich... Die haben ja 266 von diesen GTA 5 Clips. Das ist ja unfassbar, dass die immer damit enden. Also. Vielleicht suchen sie auch immer einen, Peter. Ja, das kann natürlich auch sein. Das war When Idiot Play Games 266. Gibt immer ein gutes Gefühl. Jetzt hier zur Weihnachtszeit euch vielleicht auch Videospiele bringen Freude. Vielen lieben Dank, für die Vorschläge auf peez-markt.de. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein! Tschööö! Tschöö! Tschööö!!! Tschööö! 1990